Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Micky und die flinken Flitzer. Im Hauptquartier der hilfreichen Helfer machen Minnie und Daisy ihren Frühjahrsputz, bevor der nächste Auftrag losgeht. Hier ist Minnie. Oh, dem Himmel sei Dank. Hier ist Hilda und ich brauche Hilfe. Ich muss unbedingt zu meinem Fallschirmsprung und ich brauche jemanden, der auf mein süßes kleines Schneeflöckchen aufpasst, während ich ab, ab, ab springe. Ach, keine Sorge, Hilda. Wir sind da, bevor du sagen kannst, die hilfreichen Helfer sind unterwegs. Komm, Daisy. Schnell, ziehen wir uns um. Tada! Oh, Daisy, die falsche Bartrobe. Upsi-dupsi. Perfect. Hallo, hilfreiche Helfer. Danke fürs Kommen. Schneeflöckchen ist im Haus und pass gut auf mein kleines Schätzchen auf, während ich weg bin. Wir sind da, um zu helfen. Oh, ich bin ja so froh, nicht auszudenken, was ich tun würde, wenn hier etwas passiert. Keine Sorge. Wir passen gut auf das kleine Schneeflöckchen auf. Wunderbar. B-I-E-S-Z. Bin in einer Stunde zurück. Oh, ich kann zwar nicht erwarten, das kleine Schnucki zu sehen. Oh, ich auch. Oh, bei meinen Schleifen. Da ist sie. Sie muss rausgeflitzt sein, während wir mit Hilda gesprochen haben. Oh nein. Ach, wir müssen sie einfangen. Schneeflöckchen. Komm zurück. Sie ist in den Waschsalon gelaufen. Sie muss weggewaschen worden sein. Alles, was von ihr übrig ist, ist ihre Schleife. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich bin zurück. Sag's ihr, Minnie. Das ist alles, was von ihr übrig ist. Das verstehe ich nicht. Übrig von ihr. Schneeflöckchen. Schneeflöckchen. Oh, das geht es gut. Oh. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Hier ist sie. Heil und gesund. Und frisch gewaschen auch. Schneeflöckchen? Aber das ist doch nicht Schneeflöckchen. Was? Schneeflöckchen ist mein Hundemädchen. Sie muss die ganze Zeit über geschlafen haben. Eigentlich wollten Minnie und Daisy heute nur auf die Tiere aufpassen. Aber dann erlebten sie ein wildes Abenteuer in Hot Doghausen. Noch mehr Geschichten mit Mickey und die Flinkenflitzer gibt's auf Disney Junior. Untertitelung des ZDF für funk, 2017